Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ähm... 10 Mal! Bonjour! Dormi bien! Ob Maximalkraft oder äh... oder äh... Legt die Füße jetzt! Super! Du bist jetzt einfach nur mit den Arbeiten? Ja! Wow! Zwei... Zwei Et werden die Papen und es ist nicht zufrieden. Zwei 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 Und so drüber. Darüber steigen. Das ist wie ein Kletter. So, zeige. Das ist auch eine Möglichkeit. Ein bisschen Gleichgewichtssachen. Das ist eine Übung für die Wadenmuskulatur. Genau, die Fersen drücken.